hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde real m royal hier auf meinem kanal ob klug oder könne win es win begrüße ich sie und viel spaß bei diesem video wir starten wie immer schön auf diesen luftschiff und warten was war es eine minute und 30 sekunden oder zwei minuten 2 minuten 1 oder eine gut 1 50 jahre weiß wie lange die anderen schon warten das warten die schon seit vier minuten ich weiß nicht und wir respawn wieder alle ineinander eine nette vorstellung und ja wir machen altbekanntes das funktioniert irgendwie warum keine ahnung guten tag und herzlich willkommen bei will im royal beta hallo 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 nicht hallo 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 hey ok genug hallo wir haben noch eine weitere minute nein sorry 50 sekunden wartezeit und dann versuchen wir länger als zwei minuten zu überleben ich kann das ich kann das ganz sicher guten tag guten tag guten tag guten tag guten tag ah ja sagen wir mal 47 24 allele allele und willkommen allele 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 Okay. The fall set in. What the dead? What the... What? Was? Da stand irgendwas mit einem ganz speziellen Event. Was soll denn der müssen? Ach nöööö. Warum macht ihr denn was anderes? Mensch. Ihr seid nicht Victor Royale, bzw. ihr seid nicht, äh... Ach man, wir sind doch keine 100. Oh nö. Warum macht ihr denn sowas? Ich wollte mein Video ganz normal aufnehmen. Näää, das habe ich ja natürlich nicht die Chance. Willkommen beim Sterben. Seht mir zu, wie oft ich sterbe. Zählt es mit und schreibt es in die Kommentare. Hm, das passt mir natürlich persönlich wieder nix. Oh, verdammt. Ich brauche ne Kiste oder so. Verdammt nochmal, hier laufen alle rum, Mann. Das sind 38 oder so, wollt ihr mich verarschen? Ja, wieso, hier ist keine Kiste. Sie hat ne Schusswaffe, ich messer die Person und sie haut ab. Ich komm nicht mal... Wo sind denn hier Waffen? Kinder hört mich jammern, oh mein Gott, ey. Ey, was soll der Pieps? Ah. Ne Sniper? Seit wann gibt es denn hier ne Sniper? Gab es das schon immer? Ja. Was? Warum ist denn hier der Nebel? Was ist denn das? Was soll denn der Scheiß? Och Mann. Und ich hab ein Signalfeuer. Ich komm hier nicht raus. Ey, ich schwöre, ich weiß nicht, was dieses Event soll. Der sich dabei irgendwas... Ja, genau, beim Berg bloß runterspringt. Ja, also was auch immer die Programmierer von Real M Royale sich dabei gedacht haben, diesen Modus einzubauen. Ich weiß es nicht. Also persönlich finde ich ihn jetzt scheiße. Aber das ist meine Meinung. Wer das Video gesehen hat, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde diesen Modus blöd. So ein kurzer Modus, wo ich sowieso in diesen Games so schnell sterbe und dann so einen kurzen Modus reinzukloppen. Yo. Also jetzt haben wir wieder Wartezeit von mindestens 4 Minuten. Ach Mann. Das macht keinen Spaß. Da jammert der alte Hund. Ah, wir haben schon mal ein Match gefunden. Jetzt müssen wir aber trotzdem wieder knappe 2 Minuten in diesen Luftschiff verharen. Und nach einer Minute wieder zu sterben. What a peep. Das ist so Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Real M Royale, was hast du da gemacht? Warum hast du einen speziellen Modus eingebaut? fragt doch Vincent oder Peter es wenigstens so an, dass wir uns aussuchen können ob wir den machen, ich habe das jetzt nicht gesehen ich habe nur gesehen, spezieller Modus ja, ich bin trotzdem auch Solo, also, was geht mich der Modus an, ne, da, da, da kann ich dann stottern, ah, wir machen nochmal Altbekanntes Winkelwinkel, Real M, Royal, Better Ura deswegen sind wir noch so wenig auf dem Schiff, ich habe mich schon gewundert dass das nicht voll wurde ja, wie denn auch, wir sind nur noch halb so viele Alter, stell dich mal vor auf dieser kleinen Ecke, Fläche hunderte, alter Falter das wäre bösartig da gehen wir runter, ok hier ist ein Funk du bist Captain Ahab? hallo Captain hallo Captain hallo Captain hallo Captain hallo Captain hallo Captain naja, ist ja nicht gelogen, ne 1,86m ist ja nicht klein, ne ich will der Größte ok, nicht der Größte, aber auch nicht der Kleinste 1,86m ist gut nicht klein ähm, ja 10 Sekunden, dann geht es weiter gehen wir wieder rein und gehen wir wieder raus mein Gott, vielleicht schaffe ich es 3 Minuten zu überleben weil dann war das mit dem Video perfekt ich wollte kein Video unter 15 Minuten machen am Anfang, als ich angefangen habe damit dann war ich froh, wenn es 14 Minuten war jetzt bin ich froh, wenn es 10 bis 12 Minuten geht das ist recht bei diesem Modus ist das Panne von mir? ja sollte man das in dem Video erwähnen? nein, aber doch schon, das ist real real talk verdammter Schiss, alter wieder an die 42 ich denke mal so 50 könnten hier rein 50 auf die Zone oh, alter Falter ich denke mal die Idee, die ich jetzt habe werden mindestens 10 andere haben wir gehen hier runter ein bisschen am Rand die Zone kommt gleich ich war schon teert muss mich verarschen, ich bin doch gleich wieder tot ich habe doch eine Idee komm schon boah, das Messer ist gut das Messer ist sehr gut ey, das Messer ist gut in der Kampf es gibt hier nur Snipers ohne Scheiß das ist eine ernsthafte Sniperrunde ich habe das gar nicht gelesen ach man Sniper über Sniper ok, man kann auch nur eine aufnehmen toll boah, ist das Ding scheiße wie geil scheiße es ist das war ein Treffer ach komm, nur ein Schuss danke oh man, wirklich nur ein Schuss nein, hier kommt die Zone schon äh, das wird wieder genauso kurz schafft ihr es aus der Zone raus dürft ihr überleben Alter, du hast so wenig Zeit zum Nachladen wow, danke wow, danke hab ich noch ein Messer? nein, hab ich nicht Alter, du triffst mir den Ding doch gar nicht du triffst mir den Ding doch gar nicht Ja, so ein paar Schildes wären... Na eben, Alter, ich bin gleich tot. Egal, Zeit reicht für das Video. Ah, komm. So leicht lassen wir uns nicht geschlagen geben. Gib Gas, Huhn. Du bist ein gutes Hühnchen. Renn, 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 renn. Renn. Das ist der einzige Modus in dem Spiel, den du richtig feierst. Als Huhn zu beleben, komm, gib Gas. Fünf, vier, drei, zwei... Egal, das Video hat eine gute Länge. Und ich habe kapiert, um was das geht. Und bin natürlich in einer... ...völlig beschissenen Position. Mist, das gibt es doch nicht. Der Nebel bewegt sich. Du auch? Ach, komm schon. Ich gehöre auch zu den einzelnen Gamern mit Messer oder als Huhn. Man kann ja auch... Dafür ist ja gedacht... Ja, komm schon. Der war so viel schneller. Angreifen. Warum soll ich abhauen, ne? Komm her. Komm her. Du gehörst mir. So viel zum Thema. Du gehörst mir. Danke fürs Zusehen. Einen schönen Tag noch. Und hiermit bin ich raus. Und auf Wiedersehen. Und hiermit bin ich